Hallo und herzlich willkommen zum nächsten, zur nächsten Hälfte des Shotouts, ja, so heißt das ja, also die Verlängerung im Fußball heißt im Ice Hockey Shotout und wir machen jetzt weiter und hoffentlich gewinnt man das Ding, oder, vielleicht geht's ja wirklich ins Penalty, also in 3-Meter-Schießen, weiter geht's. Oh, es geht doch, da ist es Shotout, es geht doch gleich ins Elbeta-Schießen, es geht doch wirklich ins Elbeta-Schießen, und jetzt Master Good, aber wir verschießen da oben. Also jetzt Penalty Elbeta-Schießen. Fraser jetzt, hoffentlich können wir halten. Ja, und wir halten, wir halten G, halten G, halten G, halten G, halten G, halten G, halten... Ich weiß, ich bin komisch. Keine Frage, muss der dich denn in die Comic schreibt. Ich bin komisch, ich weiß, wie ist der Schütze. Ja! Tor! Tor! Erster ist das Elfmeter an der Stütze der Drift und aufseite der Unterbank. Ich glaub nicht. Weil ich bin kein guter Elfmeter-Schieser. Ich wusste mal von dir, ich bin ein Elfmeter-Schieser. Aber das ist einfach immer gewonnen. Und jetzt kommt's wieder. Und der Fall wieder haltet. Gehaltet! Und er hat's gewonnen. Wir gewinnen das Elfmeter-Schieser gegen die Milchberg-Allsteiger nach einem sehr spannenden Spiel. Das war mal ein besonderes Spiel wieder seit langem, weil wir endlich verkämpfen mussten wieder für den Sieg. Da seht ihr, den Finale-Mefmeter. Und hier noch mal ein paar Seelen des Spiels. Das ist wirklich ein hart umkämpftes Spiel. Die erst geführt. Dann kamen sie wieder zurück. Dann drehen sie das Spiel, die Nürnberger. Und dann könnten sie aus der 2-3 geht das Spiel nach Elfmeter-Schieser aus. Jetzt gehen wir zurück in die Zentrale. Und dann war's das auch schon wieder mit diesem Part von NHL 16. Nach einem wirklich nerven auf albenden Spiel. Ihr habt das selbst gesehen. Die ging nicht rein. Wolfsburg jetzt. Das ist das nächste Spiel gegen Wolfsburg. Nächstes Bad gegen Wolfsburg. oder Chrisleys heißt sie, glaube ich. Aber das war's erstmal mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir waren das Spiel genauso spannend wie ich. Und wir sehen uns wieder zum nächsten. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, so rum. NHL 16 mit auf einem weiteren Schritt zum Titel im Season-Mode mit dem 8. Mal. Tschö, Mädels.